Herzlich Willkommen zu heute im Westenkommerz. Dafür wünsche ich an die Versteller zuerst den gestern Rednern für mich. Ja, Glückwunsch an der W. Muster an Effektivität. Mit relativ wenigen Lieblichkeiten. Heute ist es gut vermutlich in Führung gegangen durch die Situation, die wir heute oben haben. Das ist ja nicht das erste Tor, was wir machen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir in der ersten Halbzeit dieses Tor gefressen haben, aber da waren wir auch nicht so präsent, wie wir uns das eigentlich gewünscht haben. Das haben wir dann in der ersten Halbzeit umgesetzt. Wir haben eine Reihe von guten Möglichkeiten ausgespielt und wir haben nicht gewünscht. Das ist halt das Dilemma des Berliner AK in dieser Saison, dass wir aus einer Reihe von Möglichkeiten nicht das Tor machen. Sonst setzen wir uns vielleicht ein paar Punkte mehr. Und wenn man keine Tore macht, kann man den Fußball nicht gewinnen. Und wenn man dieses Spiel heute, ungedacht verdient oder nicht verdient, Einzelkurve. Vielen Dank. Alex, bitte. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.